Einen wunderschönen guten Morgen und ganz offiziell nochmal hallo an alle Twitch-Leute und die auf YouTube hier zu gucken. Zum dritten Teil, glaube ich, ja. Dritter Teil von Fury. So, ist natürlich der erste Teil von Fury, aber ich spiele es das dritte Mal, weil ich zu schlecht bin. Also nein, zu schlecht glaube ich nicht, aber... ...weil ich es nicht geschafft habe, die Bosse im zweiten Teil zu besiegen, was ich eigentlich gehofft habe. Ähm, ja. Es ist Samstag früh. Die letzten beiden Male habe ich ja eher am Donnerstagabend gespielt. Mal gucken, vielleicht hilft es ja auch. Vielleicht ist es aber auch weniger förderlich, so früh zu spielen. Schauen wir mal rein. Im letzten Mal haben wir ziemlich viele Devs angesammelt. Ich glaube, nach Part 1 sind wir ja bei zwei Devs stehen geblieben. Das heißt, in der letzten Folge habe ich 16 Devs gesammelt. Joa, mal gucken, wie weit wir heute kommen. Das Schlimme ist, glaube ich, wenn ich jetzt auf Continue drücke. Wobei, ich glaube, ich muss nochmal hinlaufen zu dem Typ. Krieg nicht direkt auf die Fresse. Hab nur so ein, zwei Minütchen. Wo ich noch ein bisschen die Füße in den Sand stecken kann. Oh nein, kann ich doch nicht. Never mind. Aber ich muss erstmal wieder die, die Tastenbelegung checken. Achso, das war das mit den, mit den verzögerten Schlägen. Nein, ist langsam. Verzögerter Schlag. Verdammt. Ich will nichts, aber dein sehr gut. Scheiße. Wie geht's dir denn, Ben? Was hast du gemacht die letzten Tage? Alles gut bei dir? Oh, falsch, falsche Knopf gedrückt. Nein. Ach, shit. Richtig dumm an den Rand gehören. Richtig dumm an den Rand gedodcht. Habt ihr euch auch so gefreut, wie ich auf diese Sprüche, die der Typ die ganze Zeit ablässt? Ach, steht wieder dumm am Rand. Ich will nichts, aber dein sehr bestes. Hm, okay. Nice. Ein wenig gearbeitet, nichts großartiges, okay. Das kennt man ja, dass man eigentlich aktuell nicht sonderlich viel zu berichten hat, außer... Arbeit, 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 wie der Möker sagen würde. Warum treffe ich ihn denn gerade so schlecht? Wie der Abigail? Ah. Zu früh. Shit. Oh, da habe ich noch Glück gehabt. Okay, da habe ich Pech gehabt. Heute werde ich vielleicht etwas den Rasen mähen. Oh, hast du einen Garten? Okay, da habe ich noch einen Garten. Das Schlimmste am Rechner neu aufsetzen sind die ganzen Einstellungen und so, die in den jeweiligen Softwares gemacht werden müssen. Ich meine, es kann ja auch so ein bisschen was Reinigendes haben. Da auch mal wieder ein bisschen aufzuräumen, aber das stimmt natürlich gerade bei dir. Du hast ja auch super viele Tools und Gadgets da reingebaut. Da hast du wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr zu tun. Ich glaube, bei mir würde sich das sogar einigermaßen im Zaum halten. Ich glaube, so viele Programme nutze ich gar nicht. Ja gut, aber nervig wäre es trotzdem. So, jetzt wird gepaddelt. Wir gehen doch nochmal dodgen. Ich habe doch eigentlich schon gedocht. Warum habe ich denn jetzt vergessen, wie man dodgt? Okay, dann war es so ein ausgezögerte Schlag. Ich habe gar nicht gedocht. Doch, ich habe gedocht. So, guten Morgen Uni, Hallöchen. Na, gut geschlafen. Kaffee am Start. So, letzte Phase. Oh, shit. Fuck, er fängt ja immer direkt an mit seinem Kloppe hier. So. Du, 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 du. Nein, ich bin so dumm. Are you sure you're ready? Nein. Do you need more time? I need more time, please. Shit. Ich glaube, ich muss echt öfter auf den draufschlagen in der Phase. Ich kann öfter schlagen. Something memorable, something I can learn from, that will make me better. You have more strength than you think. Try and stay with me through this. Ich darf dann natürlich danach nicht die Blocks verkacken. Ah, shit. Jetzt war ich zu gierig. Aber ich glaube, ich kann den echt deutlich öfter schlagen. Ich glaube, ich kann den sogar während seiner Kombos schlagen. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ach. Oh nein. Guten Morgen Ava. Achso, da fällt mir was auf. Ich habe für Ava die Sachen gemacht, aber habe ihn mir gar nicht geschickt. Das ist natürlich dumm. Das ist sehr dumm. Das ist sehr dumm. Das mache ich doch mal schnell. Dann kann der Ava nämlich auch schon ein bisschen arbeiten am frühen Morgen. Das würde ihn sicher freuen. Denn es gibt nichts besseres als Direktmorgens Sachen zu erledigen. So. Okay, aber das sah ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Erster Try haben wir es direkt in die letzte Phase geschafft. Muss ich nur noch gucken in der letzten Phase, dass ich da mehr Damage rauspusche, glaube ich. Ich darf nicht immer nur einmal hauen, sondern ich muss dann so zwei, dreimal hauen pro ausgewichene Kombo-Gedönse. Und dann müsste es doch eigentlich passen. Ich habe halt nur leider selber irgendwie kaum die Zeit, auf seinen HP-Balken zu gucken. Deswegen raffe ich manchmal gar nicht so richtig, wie viel HP er jetzt eigentlich noch hat. Oh, Perry haben wir auch lange nicht hingekriegt. Aber der macht ja auch irgendwie kaum Schaden. Lass es raus. Ich will, dass du dich schlafen möchtest. Ich will, dass du dich schlafen möchtest. Nein. Ja, mir geht es so weit eigentlich ganz gut. Ich habe heute bis sieben geschlafen. Nicht wie bis sechs wie sonst die letzten Wochen und Tagen irgendwie immer. Which is nice. Wir waren gestern schon einkaufen, weil wir mussten. Das heißt, ich muss auch heute, also wir frühstücken nachher wieder natürlich um zehn. Aber danach muss ich nicht einkaufen gehen noch. Das ist auch gut. Wenn wir es jetzt noch schaffen würden, hier diesen ollen Boss zu besiegen und weiter zu kommen, dann wäre das doch schon ein, ein sehr gutes Wochenende. Dann lässt er sich nicht schlagen von mir. Bin ich zu langsam oder was? Richtig schlechte Phase 2. Nein. Scheiße, weit war dieser erste Trial, ist morgens wieder der beste Trial. Classic Dark Souls Dings. Bäh. Bin ich echt in Phase 2 schon draufgegangen? Excellence ist ein Habit. Also fokuss dich wieder. Und ja, dein Bestes wird wieder gut sein. Ach, meine Augen werden langsam müde. Trepp, trepp. Habt ihr schon Pläne fürs Wochenende? So viel Bewegung am Morgen? Ja, bisschen schon. Ich krieg das hin. Das war dumm. Aber nett, dass er trotzdem seine Combo noch weitermacht. Ich hasse diesen verzögerten Schlag. Ich hasse diesen verzögerten Schlag. Nein. 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 Bist du ein Penner, ey. Ich habe dich. Du gehst gut. Du leidst mich ziemlich schnell. Wir sind schon hier. Ich bin schon bereit. Warum habe ich nicht geschlagen? Das stimmt nicht mit mir. Ich finde es aber lustig, dass die Phase irgendwie gefühlt deutlich einfacher ist. Aber gut. Du hast mehr Kraft als du denkst. Try and stay with me through this. Ach, fuck. Scheiße. Das war dumm. Ich habe noch einen kassiert. Aber bis dahin war es glaube ich schon ganz gut. Auf jeden Fall mehr Damage gemacht. Ich darf nicht nur nicht zu greedy werden. Ich darf nur nicht zu greedy werden. Ich block immer viel zu früh. Vielleicht sollte ich nur zwei Schläge machen. Nein. Oh nein. Das wäre es gewesen. Scheiße. Hätte ich das geschafft. Oh nein. Vielleicht mache ich zwei Schläge einfach immer pro Phase. Damit werde ich immerhin schon mal doppelt so schnell wie sonst. Ich bin so ein Idiot ey. Nein. Auf ihn. Nein. Ach, war das schon mein letztes Leben? So fokus. Try again. Scheiße. Pack. Das Schöne ist, wie machbar das eigentlich ist. Aber umso mehr ärgert es mich auch gerade, dass ich es nicht hinkriege. Ich habe ihn doch quasi fast. Diese verzögerten Drecksschläge, ne? Vielleicht werde ich jetzt doch ein bisschen sauer. Krabbe wird sauer. Krabbe kehrt zu seiner Paraderolle zurück. Die saure Krabbe. Die sauer Krabbe. Das ist eine große Anfrage. Die sauer Krabbe. Das ist eine große Anfrage. Die sauer Krabbe. Geflos, Ruju. F dich doch. Ich bin nicht viel zu wütend gerade. Ich bin schon am frühen Morgen wütend. Ach, scheiße. Warum bin ich zu doof zum Schaden machen? Hoho. Reif an, du Kenner. Ah, nein. Ich meine, es ist eigentlich nicht so schlimm, wenn mir zwei Leben fehlen. Weil in der nächsten Phase gewinne ich wahrscheinlich noch mal eins dazu. Also ich müssten jetzt halt machen. Dann wäre es nicht so schlimm. Dann kriege ich mein Leben noch mal zurück. Also zwei Leben zurück. Einmal für diese Phase und einmal für die nächste Phase. Ich bin so ein Idiot. I'm such an Idiot. Juhu. Krabben Comeback. Kann man das irgendwie überspringen, ey? Das wäre echt nice, wenn man das überspringen könnte. Literal. Mal sehen, wie predictabel du denkst, dass ich jetzt bin. Fröh. Zu dumm. Oh, nein. Okay. So viel dazu, ne? So viel dazu. Hochmuff kommt vor dem Fall, sagt man ja auch, ne? Ich kann's nicht mehr. Ich kann's nicht mehr. Vielleicht bin ich jetzt auch zu alt für dieses Spiel. Ich bin so schlecht gerade. Verliere. Ich werde, ich werde verlieren. Oh. Nice. Ich glaube, ich brauche einen Shorten Hike. Einen Horten Shike. Du hast mehr Kraft, als du denkst. Aber zwei Leben. Versuch und bleib mit mir durch das. Wollte doch zwei Schläge machen. Och Mann, warum kriege ich denn jetzt diesen scheiß Dash nicht mehr hin? Nein. Jetzt hab ich wieder doppelt kassiert. Scheiße, Mann. Ich will endlich zum nächsten Boss. Wobei ich denke, dass der nächste Boss einfach noch schlimmer wird. Und ich eigentlich doch nicht zum nächsten Boss will. Aber den schaffe ich irgendwie auch immer nicht so richtig, ne? Warum? Ich mach euch immer zu früh. Dann jump ich auch noch in diese Scheiße rein, ey. Ich bin so ein... Vollidiot. Das ist so dumm. Ich hab ja auch so einen schönen Morgen wie ich. Verzweiflungskrabbe am Start. Aus Wut wurde Verzweiflung. Kann es nicht wieder wie am Anfang laufen. Das alles irgendwie mit Glück durch den First Trial geschafft hat. Nice. Nice. What? Warum? Ich mach Raffis echt nicht, warum er die Angriffe dann mit mal blockt oder mit mal weg springt. Ach, fick dich doch. Mach der einfach zweimal die gleiche Scheiße, der Penner. Okay. Huch. Egal. Trotzdem geschafft. Du stehst gut. Du lebst mich ziemlich schnell. Yes. Let's see how predictable I am now. Super in Landung 2. Ich bin so sauer, ne? Which is not helpful. To be honest. Ah, Scheiße. Scheiße. Gut. Komm schon krabbe. Jetzt reiß dich einmal zusammen. Ich habe mehr Kraft für dich. Try and stay with me through this. Dumm. Dumm. Ja, den letzten verkackten immer. Ja, den letzten verkackten immer. Oh, wie dumm das gerade war. Oh, wie dumm das gerade war. Eigentlich könnten die auch super gut aus dem Spiel so eine kleine Miniserie machen. von ein paar Folgen oder vielleicht auch einfach jede Folge einen Boss. Oder vielleicht soll das Spiel auch quasi so sein. Wahrscheinlich soll das auch einfach wirken wie so eine Anime-Serie mit einem Boss pro Folge, aber das wäre eigentlich ganz cool. So richtig geil abgestylte, super Kämpfe. Jede Folge wird ein Typ, also nicht so wie in Dragon Ball, wo ein Boss 15 Folgen bekommt, sondern jede Folge ein Boss. Dankeschön ihr beiden. Endlich geht's weiter, endlich sehen wir einen neuen Boss. Und wir hören wieder neue Musik, vor allem. Ein Schneemann. Oder eine Schneefrau. Wissen wir noch nicht. Eine Schneeperson. Ach, weil's so kalt ist. Schneefrau. Schneefrau. Wie haben sie versucht, sie zu erinnern? Wie viele haben sie bereitgestellt, um sich zu erinnern? Nicht mich falsch, sie ist ein Teil davon. Sie ist ein Kind überconfident, Idealistisch, der so schrecklich sein kann, dass sie die Welt zu retten. Ich werde mich die letzte Waffe sein. Ich werde stehen, wenn die Resten fallen. Sie ist ein Amateur. Short-sighted. Plain stupid, wenn Sie mich fragen. Was für ein Verbrauch. Mach ich auch einfach. Hat sich schon irgendjemand von euch den Soundtrack angehört seitdem ihr das Spiel von mir entdeckt, gehört, bekommen habt? Was für ein Verbrauch ist, wenn sie ein Pushover wäre, sie würde nicht hier sein. Sie ist trechertig, und sie ist schnell. Und es ist etwas in da, das bedeutet, dich zu stoppen, für gut. Kriegt schon Bock, mir doch das Album irgendwie doch noch zu besorgen. Ich habe das auch schon so oft gehört. Was hätten sie eigentlich verdient, dass sie noch ein bisschen mehr Geld kriegen? Ich glaube, die ist komplett ausverkauft, die Fury Platte. Oder vielleicht doch noch irgendwie eine Boxedition von Fury kaufen oder so. Cut. Wie viel geiles Subwoofer auf dem Rücken. Auf den Schultern. You're not what I was expecting. Unk. Sie ist runtergefallen. Ah, sie kann fliegen. Oh, doch nicht. Ach du Scheiße. Was geht jetzt ab? Aber sie hat nur drei Leben. Sich diese komischen Pistolen da auch mitbewegen. Find ich schon nice. Ah, direkt reingedodged. Ah, fuck. Fuck. Ich muss zu lange keinen Schüssen mehr ausweichen. Ich bin das nicht mehr gewöhnt. Oh Gott, das ist die erste Phase vielleicht, dass ich hier irgendwie durchkommen muss überhaupt. Bis nach hinten. Ja, wahrscheinlich nicht. ist jeder... Ich bin fertig. Je veux mobile. Das ist die erste Vietnamese- Man�park. Du ordentlich was für die Spム... Wenn ich hier raus sind, das ist ein Zeug sorry als die Erde. Ich könnte auf sie schießen, ne? Fuck. Aua. Oh. Aber ich hab gewonnen. Ha! Ich hab sie abgeschossen. Voll Glück gehabt. Ach du Scheiße, was geht denn da ab? Okay, also das wird jetzt so ne Phase aus Plattformen und... Puh. Nein. Fuck. Und... Nein. Nein. Die Geräusche muss man machen, spielt man besser. Trust me. Und Crap. Nein. Aua. Wie beim Tetris. Ach Tennis. Achso, sorry. Ich hab Tetris gelesen. Aber Tetris ist natürlich auch. Nein. Ach, zu spät gedodget. Aber das Coole ist, wir sind zumindest schon mal auf dieser blöden Plattform hier. Aber auch wieder ein lustiger Bossfight, muss ich sagen. Oh shit. Uh, der kam aber schnell. Holy shit. Geil. Frag das ruhig. Ich schau an dich und ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Du bist so allein. Ach du Scheiße. Nein! Da komm ich gar nicht rüber. Das ist völlig nicht klug. Hö, haut. Zieh dich. Au. Du bist ein Monster. Ist gemein, wenn man ihn auch noch runtergekackt wird. Oh Scheiße. Was von passiert jetzt? Wuuuuh. Riesenstaubsauger. Wie geil ey. Wird jetzt eingefroren. Das sah grad mega nice aus von der Seite. Oh shit. Nahkampfphase. Stopp! Du kannst nicht raus gehen. Verstehst du nicht? Wenn du die Welt mittern und sterben bist, bist du am Ende. Du bist ein Monster. Nicht so wie das. Nein! Es tut mir leid. Okay. Das kann doch nicht stimmen. Das kann doch nicht stimmen. Oh. Das ist irgendwie. Please. Hold my hand. I'm sorry. Das ist es, mein Freund. Es ist schwer. Ich weiß. Aber sie war die letzte. Ich bin immer noch einmal. Ja, das war. Na, das war. Ich glaube. Was. Du bist überhaupt nicht, die Tür. Du bist nicht die du warst, als du erst kamst. Du bist hier. Wir haben alle Entscheidungen zu machen. Wir haben alle zu entscheiden, was es für dich, was wir vorfassigen. Das kann't be the end Wo kann it? Aber wo kann it? Das ist doch nicht das Ende, oder? Da kommt jetzt Wir müssen auch 100 pro noch Gegen den Hasenmann kämpfen Gut, aber das ging jetzt Erstaunlich gut mit ihr Da freue ich mich Mal eben so schnell Zack Aber die letzte Phase Habe ich nicht so ganz verstanden Sie hat sich ja irgendwie Gar nicht gewehrt Habe ich irgendwie Habe ich einen Bug gehabt, oder so? Das ist der zweite Song Von Toxical Wende Hätte man die auch Leben lassen können? Weiß ich gar nicht Vielleicht Jetzt halt machst du mir Auch noch ein schlechtes Gewissen Ich kann mich frei bewegen What? Ich liebe diesen Song auch No, es ist zu Ende Hasenmann Okay, das ist natürlich ein bisschen schade Dass jetzt Letzter Boss Dann irgendwie so Einfach war In Anführungsstrichen Oh Gott Wie ich das ganze Land hier Kaputt mache Bin der fucking tot Könnt vielleicht sogar sein Dass man die hätte Leben lassen können Scheiße ey Hatte es etwa einen Grund Dass du eingesperrt warst? Wahrscheinlich Was ein bisschen schade ist Bei Twitch gibt es ja glaube ich Keine Achievements In den Spielen Wird mich jetzt auch mal Interessieren ob es da irgendwie Gucken wir gleich mal am besten nach Was es da so für Achievements gibt Und ob man wirklich hätte Sie vielleicht verschonen können Oder so Und ob das so gut ist Dass ich hier gerade Das ganze Land verseuche Ich hinterlasse hier Eine Spur des Todes Aber irgendwie hänge ich hier Ab und zu am Boden fest Lass mal die ganze Karte aufdicken Eigentlich ist Fury ein Prequel für Für Zelda Breath of the Wild Nein Ich will weiterlaufen Kann ich zurücklaufen? Okay ich darf nicht mehr laufen Okay ich darf nicht mehr laufen Ach dann wäre es möglich gewesen Das Spiel in zwei Teilen Das Spiel in zwei Teilen Durchzuspielen Guten Morgen mein Schatzi Die Deo Kojima Ja vielen Dank Kam es gut durch am Ende Jein Ich freue mich echt sehr Ich freue mich echt sehr Dass ich das Spiel nochmal angepackt habe Und nochmal versucht habe durchzuspielen Oh Ich kann doch weiterlaufen Ich will nach Hause zu meiner Familie Ich weiß noch nicht wo meine Familie ist Ich weiß noch nicht wo meine Familie ist Könnte meine Familie sein Habe ich überhaupt eine Familie Ja irgendwie mache ich die ganze Wiese kaputt Ich glaube ich bin Tut der Umwelt irgendwie nicht so gut So now you know Maybe you think I'm insane Maybe you understand You were my only chance I hoped it would change you I think it did It doesn't really matter What does matter Is what you are going to do Der Hasemann war gar nicht böse Also vielleicht Wahrscheinlich Hasemann Ja wir werden dem Hasemann sicherlich nichts böses tun Vielleicht hätte ich nicht weiterlaufen sollen Und so ein Hasenhaus Verseuchen Gut dann rennen wir mal nach da hinten Nicht über den Rasen Nicht über den Rasen Rasen Ist das die böse Gewerkschaft oder so Da hinten sind wir durch so ein Tor gegangen Ich weiß ja gerade gar nicht was ich tue Ich weiß ja gerade gar nicht was ich tue Ähm Excuse me Oh das ist mein Anzug Acquiring Rider Resuming Flight Plan What is happening Oder ist er denn weggeflogen Weit weit weg Was passiert hier Ich dachte das Spiel ist zu Ende Ja da sehen wir die ganzen Welten in denen wir gekämpft haben scheinbar Oder ist das eine andere Welt Das klingt nach einem Song von Danger Aber den kenne ich glaube ich gar nicht vom Album Oder Ja vom Album Das klingt eher nach seinen neueren Sachen Ja Danger ist auch so geil Wie funktioniert es Ja hier sein Und wie habe ich Das stelle sich Was passiert Der Es würde mich echt nicht wundern wenn Danger auch irgendwann mal einen Film Soundtrack machen darf oder macht weil er ich glaube er könnte es wenn man das so hört Oh, ich kann den roten Knopf drücken Den roten Kopf drücken your your you you welcome back writer let's see you'll be born on your target planet uploading planet report Resultate inconclusiv. Proceed with manual confirmation. Confirm planet assimilation. No, I don't think so. Warning, Rider. Deactivate your firearms. Rider malfunction. Activating security systems. Proceed with Rider neutralization. Scheiße. Ich wollte eigentlich nur noch mal spielen, hehe. Oh. Ach du Scheiße, was habe ich mir hier angetan? Komm ab. Huah, ich bin doch noch nicht am Ende. Oh shit. Oh fuck, der hat ja auch so viele Phasen, ey. Scheiße. What have I done? Oh. Au. Oh boy. What have I done? Hätte ich den Planeten einfach mal platt gemacht. Stattdessen werde ich jetzt platt gemacht. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt sogar. Wobei ich sterbe als Held. Hoffe ich. Ich raffe hier gar nichts. Ich sehe so viel los auf dem Screen. Scheiße. Kann ich die denn auch kaputt machen? BAM. TOT. This is between you and your conscience. You know who should win this fight. What matters is what you do. Vielleicht gibt es doch noch einen vierten Teil Fury. Kann ich jetzt die Dinger hier auch kaputt schießen? Die Deutschen klappt noch nicht so gut. Oh guck mal, der ist kaputt. Der war kaputt. Ryder, you have changed. Why is that? Oh, der ist wieder zurück. Ryder. Ich weiß nicht wie viel Sinn das macht, die kaputt zu machen. Aua. Aua. Aber ich kann nur schießen. Die andere Taste funktioniert gar nicht. Ich krieg auch irgendwie das Timing nicht hin von dem Block, wenn die mich so andotzen. Na shit. Ich krieg generell irgendwie kein Timing hin. Ah, jetzt hab ich es mal hinbekommen. Aua shit. Aua shit. Fuck. Ich bin zu schlecht! Wie viele Phasen soll ich das denn durchhalten ey? Also ich mein 5, aber die werden ja wahrscheinlich auch wieder schwerer. Scheiße. Warum bin ich so doof und denke ich wäre irgendwie stärker als die Viecher hier. Guck mal, ich kann hier sogar auch zurückbouncen. Ich bin irgendwie noch zu schlecht am Dodgen in dem Fight. Oh, bin ich auch gepasst. Verdammt. Oh boy! What have I done? In this fight, what matters is what you do. Rhyder, you have changed. Why is that? Aber guck mal, jetzt habe ich doch das Timing schon mal ein bisschen besser raus. Pop das meiste ab von denen. Nur diese Phase ist noch ein bisschen kacke. Jetzt sollte ich mich auch einfach an der Phase aufs Ausweichen konzentrieren, weil so richtig viel Schaden kann ich eh nicht machen wegen der ganzen Blubbles. Scheiße früh. Na komm, geht doch. Ich muss es nur lernen. Okay, jetzt machen wir es einfach irgendwie umgedreht. Gleiche Phase, bloß umgedrehte Protagonisten hier von den Pinies. Einies. Nein. Das schmeckt nicht gut. Oh fuck, was ist das denn jetzt? Und jetzt können wir wenigstens Schaden machen in der Phase. Oh. Zu früh gedutscht. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht mit diesem geladenen Schuss anzugreifen. Okay, das ist scheinbar eine Phase wo ich erstmal ausweichen muss, oder? Da muss ich zu hier ran. Muss ich an den Knopf fahren? Ach du Scheiße. Mist. Ich will was machen, hey. Achtung. Ich muss die Dinger angreifen, oder? Nein, auch nicht. Doch. Die Hände? Oh. Fuck. Ah, die Hände. Alter Schwede, ey. Ist vielleicht wirklich die Frage, ob man nicht besser... Nein. Da kommt man nicht besser die... Oh Scheiße. Wie soll ich denn da Schaden machen? Ich komme nicht an die ran. Fuck. Ich muss irgendwo einen Spot finden, wo man glaube ich gut den Strahlen ausweichen kann. Fuck. Kannst du dann auch auf Kopf und hintere Hände schießen? Auf den Kopf schon, aber Kopf macht ja scheinbar keinen Schaden. Oh Mann, naja, aber jetzt die ganzen Phasen wieder machen. Oh, um dann in die Phase zu kommen, das wird jetzt richtig anstrengend. Oh nein. Warum ist das Gute tun so anstrengend? Oh. 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 Hör mal am ray... Oh. Oh. Ja, das ist alles so, was ich Nike mache... Oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Hier muss man das füße. Oh ok. Aber ich glaube Phase 1 und 2 kriege ich einigermaßen hin würde ich sagen. Jetzt höre ich da ja das Timing ganz gut raus. Even before he dying. Aua. Ach Chat, vergessen sie dort schon. Von dem Spiel einen Speedrun sehen ist bestimmt auch interessant. Und auf Wackzeug hier eine Wunwelle übersehen. So kann ich irgendwie anders die Hände angreifen? They will have no idea of what you did. They don't even know we exist. Hm, vielleicht kann ich so die Hände angreifen. Mach ich Schaden? They said you corrupted their world. But they corrupted you. In der Phase sollte ich auf jeden Fall mich glaube ich aufs Dodgen konzentrieren. Aber hier kann ich eigentlich auch ein bisschen schießen. Das sollte ich auf die andere Seite switchen. Ich bin tot und mache Scheiße. Was? Was ist irgendwie noch mehr aufladen? Ey. Die. 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 Das ist hier vorne eigentlich. Scheiße. Ah nein. Ich meine wir haben Progress aber die Phase ist echt schwer. Wie geht's dir Tobi? Hast du ja auch von irgendeinem komischen Riesencomputer angegriffen. Ich sollte nicht in die Mitte gehen. Ach man, nicht so viel Schaden. Alter der kommt aber schnell. Holy shit. Kacke. Heute hätte ich mal ausgeschlafen. Sehr gut. Ich wünschte hätte auch ausgeschlafen. Stattdessen muss ich jetzt hier so einen schweren Kampf machen. Ob das einen Unterschied macht, ob ich erst die rechte oder erst die linke Hand kaputt mache? Wahrscheinlich nicht, ne? Habe ich nur die gleiche Scheiße auf der anderen Seite. Ah, dammit. Wie ist das? 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 for you, why all this? Nein. Your mission was critical. Our survival depended on it. Was würdest du gingen, wenn wir uns kämpfen? Hast du eine Zusage bekommen zum Job oder was? Für die Hinterrand ist noch safe, das heißt ich muss auf jeden Fall die Vorderwand machen. Man erkennt halt auch fast nichts durch diese Riesenstrahl ey. Warum ist die erste Phase noch verhältnismäßig einfach? Die zweite ist einfach so komplett scheiße. Für sie muss man den Stranger ein gefährlich machen. Wir haben es geschafft. Wahrscheinlich gleiche Phase nochmal gegen die zwei anderen Hände. Du hast Trades, die ich in allen von uns nie gesehen habe. Selbstverständlichkeit. Eroganz. Oh boy. Okay, soll ich die Taktik anpassen? Ach du Scheiße. Das ist wieder eine Phase, wo ich einfach nur durchhalten muss. Nein! Oh shit! Fuck! Huh! Huh! Oh nein, reingedutscht. Wen muss ich abschießen? Kann ich überhaupt Schaden machen? Machen die sich selber Schaden? So. Ich muss heute eigentlich noch drei Stunden E-Learnings machen für den Job und drei Präsentationen aber 15 Minuten für die Schule. Ei, ei, ei. Klingt so, als würde das nicht so richtig gut zusammenpassen mit Schule und Arbeit, Arbeitszeit. Also sicherlich machbar, aber auch sehr, sehr fordernd. Das sind Schaden, wenn ich auf die Dinger schieße. Ja. Um, Kaffen. Oh. Nein. Nein Fuck Fuck Ach dumm Keine Ahnung wie ich das schaffen soll ey Siebert hier irgendwie noch keinen Keine Taktik wie ich hier irgendwie wenig Schaden nehmen soll Alter Kann ich auf den Kopf ballern vielleicht Das macht auch keinen Schaden Und dann diese scheiß Kugeln noch dazwischen ey Als wären diese roten Dinger nicht schon genug Und das alles nur für dich Hasenmann ey Aber wie werde ich dann mal zum Essen eingeladen Ja keine Ahnung dafür kenne ich mich jetzt zu wenig aus Deine Situation und Pipapo Aber irgendwie Irgendwie klingt das gerade arg viel Du brauchst aber den Fulltime Job für die Kohle Aber 10 Stunden Job ist ja auch jetzt nicht Also was heißt das denn 50 Stunden Woche oder was Oder hast du da für einen anderen Tag Weniger Ja Aber steht 50 Stunden noch auf deinem Vertrag oder aufgrund von Überstunden und Co Aber ich verstehe jetzt halt den Zusammenhang nicht so ganz Also du brauchst ja keinen 50 Stunden Job Also wenn du nebenbei auch Schule machst Braust du einen 50 Stunden Job damit du genug Kohle rankriegst Plus Schule Also Geht sicherlich aber ja Du musst halt dafür dann deine ganze Freizeit und dein Dein restliches Leben für Opfern Weiß jetzt auch nicht ob sich Das dann rentiert Wenn du in einem Jahr fertig bist Mit der Schule Also Zehn Stunden weniger Eine Woche hat 168 Stunden Ja scheiß auf Schlafen Scheiß auf Freizeit Arbeit ist alles Wuh Muss sich aufs Spiel konzentrieren Ich spiel scheiße Ja Weil ich zu sehr an Profis Arbeitssituation denke Au Au Wirklich verkackt grad Oh scheiß ich hab verkackt Ja man ey ich hab dieses schlechte Gefühl dass ich diesen Boss heute nicht mehr schaffe Wirklich Inigen Oh verdammt, zu lang lang, oh gut ich bin richtig kacke, nice. Das was ich vorhin noch richtig gut hinbekommen hab, krieg ich jetzt gar nicht mehr hin. Komplett aus dem Konzept gebracht. Krass, was das ausmacht, wenn man sich komplett nur aus Spielfoto, äh, fotografiert, konzentriert oder im Kopf noch irgendwelche Szenarien durchgeht. Scheiße, zu früh, Aura, okay, den hab ich mir redlich verdient. Alles klar Möpi, viel Erfolg, sag ich auch schon Möpi, will gar nicht Möpi sagen. Ich mach das alles nur, weil ich in der Vergangenheit sehr viel versäumt habe, deswegen muss ich mich jetzt 200% reinhängen, damit der kleine Trophy auch mal groß wird. Gut, ja, ist schon verständlich, also wie gesagt, da fehlt mir dein Background für und so weiter, dann würde man das vielleicht nochmal anders beurteilen. Ähm, ja, wenn du jetzt halt sagst, okay, jetzt musst du halt mal ein Jahr richtig durchpowern, dann würde ich sagen, okay, aber eine 50-Stunden-Woche finde ich deswegen trotzdem ein bisschen, also wenn man eh eine Doppelbelastung hat, finde ich 50-Stunden-Woche trotzdem weird. Ähm, es reicht ja, wenn du normal arbeiten würdest. Ähm, aber ja, dann viel Kraft für das Jahr, Trophy. Musst du ordentlich ballern. Och Mann, ey, das war grad richtig schlecht. Wär ich wieder am Anfang angekommen. Verzweiflung. Nee, eigentlich nicht. Oh, jetzt ballerst du aber richtig durch, oh, ich schaff den heute nicht mehr. Aber in welcher? Ich war jetzt in der vorletzten Phase, ne? Das war jetzt die vorletzte Phase mit Händen und dann kommt nochmal eine Phase, wo ich gegen den Kopf kämpfe, keine Ahnung, was da noch passiert. Also es war ja, also nicht in der Reichweite, aber es war schon ganz gut, würde ich sagen. Sieht nicht so aus, als würde ich gar keine Chance haben, aber es wird auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit. Aber vielleicht schaffen wir es dann bis zur nächsten Folge. Was gibt's denn für einen leckeren Kuchen, Oni? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Vor allem haben wir doch noch einen Viertelkuchen übrig. Erdbeerkuchen. Let's go, Grabe, let's go. Der Post-Credit-Fight. Wir schneiden den einfach raus. Und einen wunderschönen guten Morgen, Lee. Dankeschön für deinen Sub im fünften Monat. Und ich soll ballern, okay. Hast du gut geschlafen, wie geht's dir? Kriege ich meinen Kopf nochmal frei für den Kampf? Es ist nur Fury und ich. Ich war gefühlt gerade in der richtigen Fokusphase drin, irgendwie bin ich da jetzt raus. Vielleicht habe ich mich auch umgesetzt, deswegen wirkt jetzt der Screen komplett anders. Ich brauche hier nicht schießen. Ich brauche hier nicht schießen. Ich hoffe zur schießen, Grabe. Bin ich zu langsam oder bin ich zu früh? Okay. Ich muss mich mal auf und so ein Stream Deck Button machen. Solche Spiele. Not quite my Tempo. Oh. Ach, dammit. Our survival depended on it. Our survival. Nein. Voll in die. Nein. Hör auf, Grabe. Hör auf zu reden. Lava. Ach, Scheiße. Ich fresse. Dezentrier dich. Oh, was war das nochmal? Achso, das war das mit dem... Diesen Wubbel... Wubbelring. Huh. What will you gain by finding us? You think they will welcome you? Leider bin ich noch nicht ganz so weit, um diesen Kampf schon... ...mut abzuschließen. They don't even know we exist. Dafür habe ich den noch nicht oft genug gemacht. Oh, fuck's. Habe ich das Ding vergessen. They said you corrupted their world, but they corrupted you. Auf jeden Fall habe ich diese eine Phase übersprungen, das ist schon mal ganz gut. Wie habe ich das hier nochmal gemacht? Irgendwie bin ich hier relativ weit hinten rumgewobbelt, ne? Hier so an der Stelle. Eigentlich bin ich immer nur zur Seite gefahren. Guck mal. Bam! So, in der Phase waren wir vorhin auch. Und in der Phase habe ich irgendwie nichts gehabt. Ich habe das in jedem von uns nie gesehen. Oder war das die? Oh, das war das schon. Ist das auch die Schwierigkeit, dass man hier immer diesen Strahl aufladen muss und trotzdem wird dessen ausweichen? Ein Reiter kann nicht sein Interesse bevor wir uns. Nein, oh. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, vielleicht kann ich in dieser Phase auch einfach keinen Schaden machen. Ich möchte mir das auch zugestehen. Stattdessen in dieser Phase schauen. Oh, neue Phase. Au. Nicht gut, aber wir haben es gleich. Noch ein bisschen durchhalten. Komm schon. Yes. Will you destroy us to save this world that is not yours? Final Base. Drück nicht den Knopf. Ich drück den. Kann ich hier was machen? Oder ist das hier so eine Ausweichen? Ich meine, oftmals war die letzte Phase zwar auch weird, aber machbar. Irgendwie weiß ich gerade nicht, wo ich Schaden machen kann. Kann ich überhaupt Schaden machen oder muss ich nur ausweichen? Oder muss ich hier diese roten, äh, diese violetten Kugeln irgendwie zurück schleudern? Äh, was? Oh, die ist hier von alleine kaputt gegangen. Ich glaube, ich muss echt nur ausweichen, oder? Wie kannst du so defektiv sein? Hallo, Kiaro. Bin hier leider gerade ein bisschen... Ich glaube, ich muss echt nur ausweichen. Scheiße. Nein, nein, ich weich aber richtig scheiße aus. Uh, chill mal. Ich hab nur noch einen Lebenspunkt. I am a trader. I am a trader. Oh, fuck. Oh, shitski. Kann ich jetzt alles nochmal machen? Oder darf ich in dieser Phase bleiben? Nein, ich muss alles mal machen. Fuck. Okay, aber ich muss einfach nur ausweichen. Ich muss nicht schießen. Einfach ausweichen können. Ausweichen kannst du schon mal. Ja, die Mucke ist geil, Trophy. Hör dir die Mucke auf Spotify an. Very nice. Nein. Ich fahr so irgendwie länger als vorhin? Nein. Wie so ein Moment, wo man selbst mitschwitzt. Nein. Fuck. Oh, scheiße. Falsch gedodged. Ich muss mich mehr aufs Dodgen konzentrieren. Weniger auf diese Bälle, sondern einfach nur auf die fucking Wellen. Ich habe mehr HP als gerade eben. Oh, Alter. Wenn ich diese ganzen Bälle da anfliegen sehe, ne? Ey, da geht direkt. Juhu. Ach, scheiße. Aber danach kommt bestimmt nicht mehr. Das ist bestimmt die letzte, oder? Bestimmt die letzte Phase mit dem Mundgedönse. Oh, mein letztes Leben. Mein letztes Leben. Ich bin so schrecklich. Ich bin so schrecklich. Wie kannst du so schrecklich sein? Wie kannst du so schrecklich sein? Das kann nicht so schrecklich sein. Das kann nicht so schrecklich sein so ein Ring auszuweichen. Ah, fuck you. Also, fuck me in dem Fall. Aber wieder ein bisschen mehr HP. Wie soll ich das denn machen? Aber es wäre schon gut, wenn ich durch die ersten paar Phasen von ihr dann durchkomme, ohne Schaden zu nehmen, damit ich in dieser komischen Mund-Wackel-Phase da mehr HP habe. Weil die anderen Treffer waren relativ unnötig, die muss ich eigentlich nicht kriegen. So mein Schatzi, würdest du sagen, wir machen Schluss für heute und kannst du beim großen Strahl nicht mal schießen? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt gar nicht mehr geschossen, weil ich dachte, weil ich dachte, ich kann ja eh keinen Schaden zufügen. Ich möchte aber noch mal kurz den Chat nachlesen. War schon fleißig am Aufräumen, sehr gut, Lee. Ich habe ganz gut geschlafen. So. Also, letzter Versuch. Wahrscheinlich. Gleich natürlich wieder vom PC weg. Jetzt bin ich nicht mehr in der richtigen Position wie eben. Kann eigentlich nichts werden. Aber ich gebe trotzdem mein Bestes. Guck mal, haben wir unseren... Haben wir überhaupt einen Dev gemacht? Ja, haben wir da gemacht. Okay, hat Lee gemacht. Sehr gut. Okay. 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 Let's go. Ryder, you have changed. Why is that? Bam, 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 bam. Fury, no hit run. Ich glaube, das kann ich mir schon erlauben, hier so ein bisschen den Strahl zu schießen. Wenn ich ein bisschen besser dodgen würde. Ryder, we have always been here for you. Why always? Hey. Cool, Treffenwasser. Ding. Aua. Aua. Warum kriege ich jetzt immer in die Kugeln rein? Wie, B-Mykor. Oh, im O-Chat. Da habe ich aber keine Zeit für gerade. Die will have no idea of what you did. They don't even know we exist. Die will gegen die Phase nochmal? Das war die mit den Händen, ne? Ja. They said you corrupted their world. But they corrupted you. Oh, shit. For them, you will remain a stranger. A danger. A danger. A danger. Guck mal. Why is their world worth more than ours? Oh, ist das nochmal eine Phase mit den doofen Händen, ne? Die haben wir nie gesehen in any of us. Selfishness. Den komischen Räden. Nein. Nein. Oh, fuck. Ich bin aus dem Rhythmus gekommen. Hier bin ich, glaube ich, nur ausgewichen, ne? Hauptsächlich. Oh, zu spät. Fuck. Nein. Zu spät. Komm schon. Durchhalten. Weiter ballern. Ballern, ballern, ballern. Sehr gut. Puh. Ist der Emotion halt wieder weg, ja, ne? Ne, ne? Wartung bin ich geklappt wieder. Scheiße. Muss ich irgendwie so deaktivieren? Naja, warum klappt denn das nicht? Ansonsten müsst ihr mal, ich weiß gar nicht, wie das geht. Gibt's, glaube ich, irgendeinen Emote für oder so. Äh, einen Command für, für die Mods. So, hier jetzt möglichst keinen Schaden nehmen. Damit ich in der Dome-Phase möglichst viel Schaden nehmen darf. Nein. Sehr gut, glaube. Sehr gut, um keinen Schaden nehmen. Fuck. Nein, hör auf. Stop it, Krabbe. Stop being a fool. Oh, du. Penner. Okay, drei Leben nur. Scheiße, also darf ich mich nur einmal treffen lassen? Ich kann die Dinger wegschießen. Fuck, okay, ich kann die Kugeln wegschießen. Oh, wie dumm von mir. Natürlich, ich kann die Kugeln wegschießen. Also, die kann ich nicht wegschießen, aber... In der Dogen-Mund-Phase kann ich die wegschießen. Das macht's natürlich ein bisschen leichter. Wie viele Phasen kommen dann wohl noch? Geil, die Mucke ist, ey. Äh, okay. Alles klar. Hat's jetzt schon geschafft. Dankeschön. Mann, ey, warum klappt denn mein doofes Remote-Chat-Tool nicht? Ah. Doof. Nein, zu spät. Fuck. Oh, shit. Oh, nein, ey. Oh, bist du so ein Idiot. Oh, das war doch so gut bis dahin, ey. Mann. Scheiße. Fuck. What a disappointment. Yes. Indeed. Disappointment indeed. Uff. Aber die ist machbar. Sowas von machbar. Hätte ich das wohl... ...morgen zu Ende spielen müssen? Und dann... ...selber hinten dran schneiden. Fuck. Fuck. Uah. Ich bin aus meinem Rhythmus gekommen. Scheiße, ey. Mann. Warum bin ich so dumm? Warum... Ich muss einfach nur durch diese Phase, muss ich mit weniger Schaden durchkommen. Wer ist das doch schon? Tja, das war der dreißigste Tod. Vielleicht brauche ich ja 33 Tode. Insgesamt. Wer weiß. Aber gut. Wir müssen jetzt frühstücken. Ich habe auch schon Hunger. Also, falls jetzt YouTube nur in diesem Video ich mit mal nach diesem Moment hier andere Klamotten anhab, nicht wundern. Es ist Sonntag. Na mal los. Aua. Keine Ahnung, weil ich da jetzt wieder andere Tasten benutzen muss. Muss ich generell erstmal wieder reinkommen. Ich fühle mich noch so ein bisschen. Ich bin noch gar nicht... Meine Augen sind noch gar nicht bereit für sowas. Ich komme mir gerade noch vor... Vielleicht ist es aber auch was Gutes. Fühlt sich gerade noch an die Zeitlupe bei mir. Oder für mich. Bei mir könnte der Tonhauter sein. Oh shit. All vergessen. Ich bin zu greedy. Nein. Scheiße, zu früh. So spät und tot. Scheiße. Hä? Warum werde ich ihn schon angegriffen, wenn... Oh, frech. Ich hoffe, Anki schläft noch ein bisschen. Anki ist gestern später, als ich ins Bett gegangen. Er hat nämlich beim Zoom-Meeting eine Cola getrunken. Und dann wollte sie nicht ins Bett gehen. Und hat dann mit Minecraft gespielt. Vielleicht sollte der erste Dev des Tages, des Streams immer nicht zählen. Weil der ist erst mal zum Reinkommen. Minecraft und Cola, die früher. Bin ich ja mal gespannt, was sie da noch angestellt hat in Minecraft. Und ob sie überhaupt auf unserem... unserem Server gespielt hat. Oder... Irgendwie dann privat oder so. Warum ist denn der Ton heute für mich so leise? Raider. Raider. Wir haben immer noch hier für dich. Warum all das? Ich weiß gar nicht, was schneller ist, ob man die ganze Zeit den macht und dann einfach mal kurz zweimal ausweicht. Jetzt scheint mir sogar, als wäre der Strahl schneller, ich glaube, sonst haben wir länger in der Phase gebraucht. So, wir sind aber wieder auf voller HP, jetzt kommen wir über die schweren Phasen. Ich muss jetzt erstmal wieder in den Fury Mode kommen, irgendwie in den Fury Focus. Für sie werden wir ein Verständnis, ein Gefahr. Ein Gefahr. Ein Gefahr. Kann ich hier nicht noch schnell wegputzen einfach? Nein! Oh, das war dumm. Oh fuck, das war so knapp. Der Fury Tunnelblick exakt. Ah, das hat nur einen Millimeter gefehlt ey. Okay, dann hätte ich die Phase einfach schnell überspringen können. Okay, sehr gut. Was sind das also Speedrun Tactics, dass man so kurz, paar Sekunden die Phase einleiten muss, dann sitzen wir einfach ab. Au. Au. Und lass ich mich denn jetzt ständig treffen. Au, das ist nicht so gut. Ja. Phase geschafft, was war jetzt hier nochmal los? Das war ja nur noch eine Phase, ne? Aber die Phase war auch scheiße. Was war denn hier nochmal los in der Phase? War das irgendwie mit diesen blöden Strahlen, ne? Mist. Mal Phasenwechsel einleiten. Phasenwechsel eingeleitet. Fuck zu spät. Bleh. Geht schon weiter. Ach, scheiße. Nicht schon. Bisschen Glück. Phasenwechsel. Ne. Perfekt. Nicht perfekt. Huch. Oh, das war noch knapp. So, direkt letzte Phase. Geht doch. So, in der Phase hatten wir ja gelernt, ich muss nur am Anfang ein bisschen besser spielen. Bisschen weniger Schaden nehmen. Bisschen weniger Schaden nehmen und dann in der doofen Phase, wo ich bis jetzt immer stecken geblieben bin, einfach die Blubels wegschießen. Aber erster Trial schon mal in die letzte Phase kommen ist auch schon mal gar nicht so ein schlechter Anfang würde ich sagen. Ich bin mal heute auf Frühfeierabend. Ich werd aber grad wieder ganz toll müde. Nein, ich hab Schaden genommen. Das wollte ich doch nicht. Wie kannst du so schaden sein? Wie kannst du so schaden sein? Ah, fuck. Das ist nicht, wie das funktioniert. Was ist wieder zu früh? Scheiße. Oh, kacke. Okay, das war schon mal nix. Ne, das war nix. Verkackt. Oh. Wär aber eigentlich mal lustig gewesen. Ich hätte einfach liegen bleiben sollen und mir die Phase mal angucken, was da so passiert. Ja, diese doofe, dieser doofe zweite Teil von dieser Phase ne. Dass ich das nicht schaffe irgendwie über diese blöden roten Kreise dazu springen. Oh, schwer kann das doch eigentlich nicht sein. Oh, schwer kann das doch eigentlich nicht sein. Diese doofe zweite Phase, warum krieg ich dir nicht hin. Okay, es ging einigermaßen, naja, geht so. Fuck. Ach shit ey, oh man ey, das überfordert mich so hart, was da alles kommt ey. Ich hasse die Phase. Kann man die erste Phase nicht skippen? Die ist halt ein bisschen, die ist irgendwie doof, die ist langweilig. Wie viele Phasen kommen da wohl noch? Ist nach 3 Schluss, ist es die typische 3er Boss Regel? Oder werden wir 5 haben? Ist nur eine Phase, die geht vorbei. Dankeschön Andi, das beruhigt mich. Nein. Warum denn nicht? Warum schaff ich's nicht? Du bist ein Traitor. Ah fuck. Nein. Fuck. Scheiße. Das ist zwischen dir und deinem Bewusstsein. Du wirst wissen, wer diesen Kampf gewinnen sollte. Was macht, ist das was du machst. Kacke. Ich sah noch nie besser aus. Meinst in game? Ja, ich glaub das war das weiteste, was wir bisher gekommen sind. Ich glaub in der letzten Phase hab ich bisher noch nicht so lang durchgehalten. Ge delicate Somecing? Warne und die Z Professoren zu chalken. Upsie. Oh. Also das ist auf jeden Fall schneller wenn man den Superstrahl benutzt. Au. Au. Oder an dem Strahl ist halt das der durch alles durchballert. Du hast zu confirmiert, dass der Planeten fit für eine Simulation war. Aber du hast getötet. Und jetzt... Was werden wir bekommen, indem wir uns kämpfen? Du denkst, dass sie dich willkommen willkommen? Sie haben keine Ahnung, was du getan hast. Sie wissen nicht, dass wir existieren. Focci. Das einzige Grunde an dem Strahl ist halt echt, dass man nichts sieht, wo man rumläuft und wo die Kugeln sind. Das ist echt ein bisschen blöd. Wasenwechsel eingeleitet. Ich hoffe aber auch immer noch nicht so ganz, wann... Ich hab mal neue Taktik für diese Farben. Ich muss über die blauen einfach rüberspringen. Okay, cool. Progress. Upgrade. Verbesserung. Verbessern und initiiert. Du hast Traits, die ich in allen von uns nie gesehen habe. Selbstverständlichkeit. Arroganz. Ein Ritter kann nicht seine Interessen vor der Zeit legen. Was ich halt immer noch nicht so ganz raffe, hat der jetzt irgendwie eine stärkere Aufladung oder ist das egal, wie lange ich das drücke? Eigentlich nicht, ne? Sieht doch nicht so aus. Oder schießt der dann einfach nur länger, je länger ich den auflade? So, aber guck mal, in die Phase kommen wir doch eigentlich relativ gut an. Und diese scheiß Phase, das ging doch jetzt auch relativ flott. Das finde ich schon immer krass, wie schwierig einem das am Anfang vorkam, wie wir da gestruggelt haben. Mit wir meine ich mich. Und jetzt guckt mal, wie schnell wir durch diese Phase kommen. Also durch die ersten vier meine ich. Dass ich nur noch irgendwie eine bessere Taktik finden für diese Phasen hier. Okay, schießen bringt schon mal nix. In die roten Dinger reingehen, bringt schon mal nix. Fuck. You are a traitor. You are a traitor. You leave us no choice, Ryder. We will violate you. Ich tu. Scheiße. Was soll ich denn hier machen? Jetzt muss ich die ganze Scheiße normal machen. Was hätte ich da machen sollen? Hätte ich die wegschießen können mit meinem Strahl? Also waren das diese Kugeln hier? Weil die Kugeln könnte ich ja nicht wegschießen. Das waren ja diese britzelnden Kugeln. Die kann ich ja auch nicht wegschießen. Irgendwie waren auch die Gassen nicht groß genug. Die Gassen zwischen den Kugeln um da durch zu flutschen. Wie kannst du so defektiv sein? Du bist ein Traitor. Perfekt. Was soll ich jetzt hier machen? Wir werden dich annihilieren. Keine Ahnung was ich hier machen soll. Ach Scheiße. Wenn ich jetzt jedes Mal eine Perfect Round machen muss um in der Phase irgendwie lange durchzuhalten. Aber ich raff halt echt nicht. Was kann ich denn da machen? Oder ist das eine Phase? Muss ich da zu ihr ran? Ist das wieder dieses wie bei dem anderen Boss? Wo ich irgendwie versuche stundenlang auszuweichen und ich müsste irgendwie nur nach vorne dashen und irgendwas drücken? Weil ich auch keine Millie Attacke mehr habe. Man sieht ja theoretisch eigentlich wann sie Schaden nehmen kann und wann nicht. Vielleicht muss ich auch einfach in der Phase auf sie drauf halten. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet ob sie HP verliert, wenn ich da auf sie schieße. Weil man ist halt auch so mit Ausweichen beschäftigt, dass ich auch überhaupt keine Zeit habe auf ihren ollen HP Balken zu gucken. Ihr könnt ja mal für mich achten gleich. Also nicht in der Phase, sondern in der nächsten Phase. Wenn ich dann auf sie schieße. Ob sie Schaden nimmt oder nicht. Vielleicht schade ich es auch selber. Nein! Oder vielleicht verkacke ich auch jetzt in dieser Phase. Wenn du uns keine Wahl hast, Ryder. Wenn ich zumindest noch mitkriege ob ich Schaden nimmt. Nein, keinen Schaden. Oh aber die Bubbles gehen weg. Wahrscheinlich mit den normalen Schissen nur. Okay. Ist ja gar nicht so schlimm. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh, sie gibt Schaden. Oh Gott, sie gibt Schaden. Jeesss. Du könntest ihn diese Zeit haben, aber wer wird ihn in der nächsten Zeit? Das ist die schlimmste Illusion. Ich glaube, dass du einen lasting impact hast. Also, Mann. Ich kriege mich gerade durch die ganze Haut. Oh, guck mal, die zählen K.O.s statt Deaths. Clear Time, fünfeinhalb Stunden. Ranking C. K.O.s, 138. C. It's, 1423. D. Und rank D. Ending Rebellion. Nice. Ich weiß nicht, gibt es bei Twitch eine Screenshot-Taste? Muss ich jetzt noch 137 mal RIP machen? Nee. Naja, jetzt haben wir beide Stats. Jetzt haben wir einmal einen K.O.-Counter und einen... und einen Game-Over-Counter. Mit... Wo sind wir jetzt? 31. Ich hatte ja gehofft, vielleicht machen wir die 33 voll. Aber gut, dann sind es halt nur 31 geworden. Aber ich bin trotzdem ein bisschen enttäuscht von den Rankings. Aber gut, ist jetzt natürlich die Frage, ne? Wenn man jetzt eher so Speedrunner ist oder No-Hit-Run macht und so ein Krams, dann ist wahrscheinlich... Weil wenn ich jetzt schon irgendwie ein A oder ein B hätte oder so, dann ist natürlich wenig Luft nach oben. Von daher ist es wahrscheinlich gerechtfertigt. Aber ich fühle mich trotzdem ein bisschen beleidigt von den C- und D-Rankings, weil ich fand mich jetzt eigentlich ganz gut. Na ja, so ist das. Story of my life. Immer ungefähr Durchschnitt. Das war's mit Fury. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas... You have unlocked the Speedrun-Mode. Cool. You unlocked the Fury of Difficulty. At last a real challenge. Ja, endlich, endlich eine richtige Herausforderung in dem Spiel. So, Speedruns, Hits, Furious Speedruns und Furious Hits. Aber es hat auf jeden Fall Bock gemacht. New Games, Speedrun, Options. Lassen wir das besser. Speedrun. Take down all the Guardians in one run. Try to finish them off as fast as you can or taking as few hits as possible. Once you have completed the Speedrun, your best scores will be displayed on the main menu. You can pause the game, but there is no save during the run. It's all of them in one go. Ich meine, es ist schon, es ist glaube ich ein gutes Spiel zum Speedrun. Das kann man ja an sich schon auswendig lernen. Das ist ja eigentlich hauptsächlich Muscle Memory, das Spiel. Das kann man ja loaden. Hätte ich irgendwie zwischendurch speichern müssen? Ne, oder? Kann ich doch gar nicht. Kann ich immer speichern? Naja. Okay, dann würde ich sagen, das war es mit Fury erstmal von meiner Seite. Guten Morgen Uni. Vielen Dank an diejenigen, die es auf YouTube zugeschaut haben. Natürlich auch vielen Dank an diejenigen, die auf Twitch dabei waren und mitgechattet haben und mich ein bisschen angefeuert und gemobbt haben. Mich hat es auf jeden Fall sehr gefreut, das Spiel doch noch nachgeholt zu haben. Soundtrack ist geil. Ich fand es jetzt auch am Ende cool. Da hat der Soundtrack nochmal richtig die Muskeln spielen lassen. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Spiel wieder. Keine Ahnung, was es wird. Und wahrscheinlich erstmal eine Zeit lang wieder nicht mehr sowas schweres. Jo. Gucken wir mal, was kommt. Vielen Dank, YouTube. Bis den Sinn. Bis zum nächsten Video.